Servus, heute gibt's dann wieder ein neues Video auf diesem Kanal, Lex, und zwar gibt's ein neues Maskottchen. Es gibt einen neuen heftigen Dude, der jetzt hier mitmacht, der jetzt hier auf dem Kanal ist. Wir haben Hermann, wir haben Pizza, wir brauchen noch einen Namen für die Pizza, und jetzt haben wir Fledermausi. Ich weiß, es ist komplett random, das sind kleine niedliche Tiere, und Fledermausi ist jetzt da, und Fledermausi wird halt einfach alles rasieren, ja, Fledermausi wird heftig. Ich hoffe, ich hab das Video gefallen, tschüssing.